ja okay jetzt sehe ich auch warum der so teuer war also warum der wirklich so teuer war ich habe zwei deutsch dabei das kann das werden muss halt mal woche ich nur kostenlose spiele und was zu kaufen ja ich werde ja sowieso höchstwahrscheinlich relativ schnell in auf prestig vier abgaben sind dann macht ablix das ist ziemlich da aber alles vor sich ich muss halt hart vergiftet diese schiene ich habe hier voll in den schritt geschossen ja ich muss mich eben muss eben warten dass ich nicht mehr vergiftet bin moment ja damit so ja ja diese u schießen das ist schon nicht mehr lustig die tötet mich da kannst du dich heilen ja vergiftet ich scoute schon mal voraus vielleicht ja Da hinten ist der Clue. Das ist eine Flair, da war hier auf jeden Fall jemand. Nein. Ja, war ein Pferd. Das ist ein Pferd. Ja. Westen würde ich sagen. Das ist der Worte. Kann auch ja. Er links bellen Hunde. Hier war Fight. Ja. Ich glaube Distanz habe ich nichts für. Na, da hast du ja mich. Ich meine, 2000 Dollar Jäger, also. Der Zombie ist aufgeschreckt, das heißt, da lief er noch rum. War geil. Du leuchtest übrigens. Ich habe das standardmäßig an. Ist das glaube ich auch. Oh, da oben. Ist runter gesprungen. Oh, Hunde. Ist ins Haus gelaufen. Ich hoffe, er ist vorbei. Ja. Oh, der hat eine Armbrust. Der ist links hier raus. Alter, ist mir tot. Einer hat eine Armbrust. Und was der andere hat, habe ich nicht gesehen. Aber der hat mir gut eingegeben. Der war auch sehr voll. Na der, der mich gekillt hat. Achso, ja klar. Der komplette schwarz ist der mit der Armbrust. Die Armbrust kann man hinten. Also Vorsicht. Du kannst nicht rushen, wenn er seinen Armbrustschuss verkackt. Mit der Axt. Nein. Das Team hat mir den Rücken geschossen. Schade. Der Kryptos hier? Ich glaube, da treffen wir direkt auf Gegner. Ich habe extra schon die ganze Zeit hier rechts geguckt. Aber wenn, dürfte von ihr unten kommen. Ja, das war deine. Nein, das war meine. Oh, meine Hunde. Let's do all the noise. Holy Moly. Ohohohohohohoho. Er ist hier überhaupt irgendwie... Ach, da hinten ist der Clou, alter. Ich hab jetzt schon geholt stehen hier. Das steht auf einmal so dicker hinter mir. Puh. Gehen wir dann zu Ranch? Äh, ja. Würde ich sagen. So ein Tauben im Weg? Ja. die umrunden war einfach mal kommt die step andere hat mit ich habe nur ihnen gesehen und gehört ich habe mich erst mal wer da kommt was ich habe mich selbst er wird auch die vorletzte runde oder sowas wo sind wir rechts oben schweine fahren da wurden westen aufgeschreckt irgendwo da vorne läuft einer 2 ich habe nur eingesehen aber dürfte zwei seien recht so weiter ablaufen ich glaube wir sind auch zu schweine fahren der ist im gebäude drin einer ich hätte schießen können der ist jetzt in der ja ich sehe immer nur den einen mit der kapuze jetzt muss er uns gehört haben oder pro ich habe gerade gedacht der spieler hätte gesprochen der dürfte schon weiter gelaufen seien die westen tante das aufgeschreckt online an die westen tante komme ich ran außer mit der sprengladung ja stimmt kann man ausprobieren ja das ist doch der dick fast zugegeben ich kenne die ballistik von dem dinge auch nicht ich habe es jetzt mal weg gemacht ja hier ist irgendwo ein dicker ganz dicker da so die frage wo ist der dude hin ich sehe ihn da hinten versteckt sich ja komm übers dach alter die ballistik von diesem dinge der seien hat mit ich komme nur die hälfte weit voll genau auf beide höhe und das sind zwei da hinten ist noch einer das sind zwei ich komme von links ja ich muss hier galopp laufen slalom laufen wenn ich die sind drei dicke die dürften rausgelaufen sein hier irgendwo ja ich sehe ihn habe einen getroffen halte ich eben ach komm ich schmeiße eine flash weiß nicht wo der ist da waren sie irgendwo jetzt sind sie weg ich sehe sie nicht mehr ich habe ihn getroffen mit meiner schwingende oh nice alter im schuss ist er tot einer ist tot auf jeden fall ja da kommt noch einer ja ich sehe ihn nicht zu den dude an nein oh da ist er okay da kommt was geflogen von ihm ich habe ihn nochmal abgeschossen hat mit musikieren wie ich bin so ja das ist ja der läuft da wie so kannickel weg ich bin so schlecht ich bin so schlecht ich bin so schlecht ich bin so schlecht ich habe mich mit der springlanze rächen ich bin echt hinter dir ich kann nur eines von uns töten da kommt was geflogen vielleicht kann er uns doch noch zwei zu töten hat einen hit hat einen hit nice hund pass auf den hund auf aber der hund hat keinen bock hast du ihn mit dem dachkampf gekillt ja nice ich bringe ganz vb ja oh nice äh noch ne hund hinter dir willst du die äh die winfield nehmen ja warte wo ist die hinten da gelegt er legt wirklich die sprengler weg ja nein 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 das wollte ich nicht hier du hast halt nur platz die sprenglatz ist halt eine große waffe ne naja dann nehme ich halt die pistole dann nehme ich die winfield er braucht drei stunden um diese waffe nachzuladen der andere ist tot ne ja der liegt da und brennt guck mal was der verwaffnet ja aber wenn du den verbrennt kannst du doch eh nicht mehr erst sobald er ausgebrannt ist also ei äh ne er ist ausgebrannt ja hier der hat ja ne wetterli na gut am anderen ende der map jo ja sollen wir da hingehen oder ja ja wir müssen eh in die richtung ja stimmt dann können wir mal vorbeischauen kann ich mir noch ein menü holen für die sprenglanz das weiß ich tatsächlich nicht oh guck mal hier oh nice moment das kannst du mit der sprenglanz glaube ich nicht machen aber mit dem revolver ne ja hast du gemacht ja ok kann ich weiter freigeschaltet werden aber ich soll hier windfield blubblbl centennial gift munition ok hier vor uns ist ne versorgungsstation da schauen wir mal da dürfte ja ne kiste für spezial munition sein das hättest du aufnehmen müssen oder stream hier ist spezial munition kannst du gucken ob du aufladen kannst oh leu tatsächlich nice aber tatsächlich weiß ich gar nicht ob du den zweiten gemacht hast den ersten hab ich auf jeden Fall weggespringen das weiß ich aber den zweiten ich habe ich habe auf jeden fall also den schuss den habe ich nicht verfehlt den letzten ist auch egal kill ist kill alter verbraucht auch gut aus ja das stimmt irgendwie muss man das ja balancen ne na dafür ist es eben ein geiler war dafür auf jeden fall und es ist halt nur ein kleiner wachenslot kein großer man eigentlich so eine gute mischung sniper oder so was oder ja long distance und säbel ich hab halt lange zeit einem zugeschaut der ist prestiged sehen der hatte im grunde immer nur ne winfield ne normale und ne mach aua und halbes leben weg ja ich hab kein heils weg mehr der hatte immer ne sticknormale winfield und ne machete dabei ja machete halt für viecher und winfield zum kämpfen also für pvp der nahkampf genauer von zurens weil es darauf zuschleifst und dann darauf zu rennen hat er keine chance ja früher war ähm dieses russian mit nahkampfwaffen extrem overpowered weil es da so dieses sidestep technik gab die war viel zu stark da war die da gab es dann probleme mit der hitbox das haben sie aber rausgepatch zum glück aber das war echt furchtbar ok die sind dann feiten haben wir den schon herausholt haben sie schon ja haben sie schon aufgehoben flucht ja tatsächlich die flied lol die fliegt schon ich bin dumm lol tatsache ja ich glaube nicht dass wir die schreck er lebt doch lebt denn der alter emulator michael noch hast du ja wieder geschossen? ja nee du hast ihn angegriffen mit der lanze ich hab ihn gehauen ja das ist aber äh spitzerschaden kein stumpfer hm noch sitzt du nicht im ausgang eineinhalb balken sind weg oh ich wurde getroffen mhm mhm einer hat nen hit der vorderer der hintere hat auch nen hit läuft weg nach rechts weg hat nen hit oh fuck der ist vor mir der ist direkt hier auf der anderen Seite der ist über uns ich bin tot gut es liegt an dir nein ich hab ihn gerade ausgeholt schade ich hab ihn ausgetoppt aber schade 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 schade